Hallo lieber Steinbock und herzlich willkommen zu deiner November-Tarot-Legung. Wir starten jetzt mit dem Magic Soul-Tarot. Das ist mein neues Tarot, welches jetzt im November veröffentlicht wird. Du kannst es bereits vorbestellen. Den Link dafür packe ich dir wie immer unter dieses Video in die Infobox. Wir gehen heute ins keltische Kreuz und du kannst diese Legung schauen, falls du den Steinbock im Sonnenzeichen, Mond, Ascendenten oder der Venus hast. Dementsprechend schau dir gerne auch deine anderen Aspekte an. Was wir aber, Moment, was wir vorher machen tatsächlich ist, ich habe noch ein anderes Orakel hier und zwar das Kraft für deine Seele Orakel von der Anja Plattner, die ebenfalls beim EMF Verlag ist. Und da ziehe ich jetzt eine Karte im Vorfeld. So, für die Steinböcke, was ist die Botschaft? Da kriege ich das Stopp auch schon rein. Wir legen die Karte hier einmal hin, decken sie aber erst zum Schluss auf. So, und jetzt nochmal hier rein mit dem Tarot. Was sind die Botschaften für die Steinböcke im November? Und da kriege ich das Stopp. Wir legen heute das keltische Kreuz. Ich lege es nur ein bisschen anders aus und nutze den Platz einfach hier auf der Kamera ein bisschen anders. Wir starten mit deiner Hauptenergie. Wow, halleluja, die Zehn der Münzen. Ja, mit den Zehn der Münzen, zeigen wir da nochmal ein bisschen dichter rein. Mit den Zehn der Münzen geht es um die ultimative Fülle und Stabilität. Grundsätzlich kann es sein, dass sich deine Finanzen jetzt verbessern, dein Zuhause sich verbessert oder grundsätzlich du im Monat November sehr viel Stabilität fühlen wirst. Aber auch Dinge, die Langzeitpläne sind und zum einen könnte das sein, dass etwas jetzt wirklich erfolgreich ist und auch langfristig erfolgreich ist oder du schaust nochmal ganz genau unter die Lupe einen deiner Lebensbereiche, wie du diesen Lebensbereich langfristig entwickeln möchtest. Wo möchtest du jetzt Zeit und Arbeit reinstecken? Aber gefühlt hier, da ist die Zehn der Münzen, geht es um langfristige Pläne, langfristige Stabilität und Sicherheit. Und grundsätzlich, weil wir hier die Zehn der Münzen haben, könnte es zusätzlich noch sein, dass Dinge, die vererbt wurden, hier eine Rolle spielen. Dementsprechend, das könnten dann natürlich auch Verhaltensweisen sein, die darunter stecken, Familienthematiken, grundsätzlich Dinge, die zu tun haben mit Sachen, die vererbt sind, wie Denkweisen, Verhaltensweisen, Verhaltensmuster. Auch das könnte jetzt für dich im November wirklich auf dem Tisch liegen hier. Ich kriege aber für die meisten Steinböcke rein, dass hier etwas, worauf du dich lange, lange hingearbeitet hast, erfolgreich ist bzw. wird. Es könnte für dich auch sein, dass hier eine höhere Summe an Geld reinkommt, auf irgendeine Art und Weise mit den Zehn der Münzen oder, wie gesagt, sich grundsätzlich deine Finanzen jetzt verbessern. Lass uns mal schauen. Also erstmal eine hammer schöne Energie hier, sei es jetzt, weil die Energie jetzt präsent ist oder weil du genau diese Thematiken jetzt unter die Lupe nimmst. Dann lass uns mal schauen, was die Herausforderung ist. Da haben wir die Sieben der Kelche als Herausforderung. Ja, Choices, Choices. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Wir sehen hier mit den Sieben der Kelchen, die Herausforderung, die es geben könnte, ist, dass du zum einen jetzt vielleicht mehrere Möglichkeiten hast, die sich in deinem Leben präsentieren, dass du aber nicht genau weißt, welchen Weg du gehen sollst. Vielleicht, weil du selber so ein bisschen blockiert bist. Das könnte bedeuten, dass dein Herz blockiert ist oder dass deine Intuition blockiert ist oder du dir unklar bist über deine Gefühle bezogen auf die verschiedenen Optionen, die es jetzt gibt. Gleichzeitig kann es sein, dass hier gerade in der Position als Herausforderung können die Sieben der Kelche auch bedeuten, dass es vielleicht aktuell nicht so wirklich viele Optionen gibt. Ich habe aber das Gefühl, weil wir es hier in dieser Kombination haben, entweder hast du jetzt die finanziellen Mittel, um eine bestimmte Richtung einzuschlagen und es fällt dir aber schwer, jetzt zu entscheiden, in welche Richtung du dich bewegen möchtest. Na, Sieben der Kelche. Oder auch wenn wir jetzt mal wieder mehr auf diese Thematik von vererbten Verhaltensweisen und Mustern eingehen, auf vielleicht familiäre Sachen, die hier vererbt wurden, dann kann es sein, dass hier bezogen auf die Familie oder eben gewissen Verhaltensweisen, Mustern, es Unklarheit gibt. Das Thema könnte hier als Herausforderung sein, Verwirrung, du weißt nicht genau, was du oder eine andere Person fühlt. Du weißt vielleicht nicht genau, welcher Weg dich glücklich macht. Und das könnte etwas sein, was durchaus auch was zu tun hat mit Dingen, die vererbt worden sind oder mit deinen Ahnen, also Ahnenthematiken, an die Wurzel gehen, kriege ich hier rein. Das kriege ich ganz, ganz stark nochmal rein, auch in dieser Kombination gerade. Lass uns mal schauen, worauf bist du fokussiert? Ah, guck mal, da ist aber der Prinz der Kelche, der hier auftaucht. Du bist schon fokussiert, deinem Herzen zu folgen oder deiner Intuition zu folgen. Hier gibt es gefühlt eine Energie für dich im November, wo du zumindest darüber nachdenkst, was dich glücklich macht, was dich erfüllt. Und ich habe das Gefühl, es geht um eine Reise. Welche Reise, welcher Weg erfüllt dich wirklich, macht dich wirklich glücklich? Und darüber denkst du hier gefühlt nach. Das kann in Zusammenhang mit dem Prinz der Kelchen, welcher es der Ritter der Kelche ist, ist natürlich um eine Herzensangelegenheit, um eine Liebesangelegenheit gehen, um eine Situation mit einer Person, mit der du romantisch verbunden bist oder wo tiefe Gefühle vorhanden sind. Auch hier wieder, entweder sind hier Thematiken aus der Familie, die jetzt unter die Lupe genommen werden, weil es ein paar Unklarheiten gibt, bezogen auf Emotionen, auf Gefühle. Oder eben, du könntest hier auch sehr viel Stabilität haben. Es könnte um die Thematik Zuhause, Familie gehen oder gegebenenfalls auch um die Gründung dessen. Ich sagte ja gerade schon, vielleicht geht es dir jetzt darum, dass du dir dein Leben einmal genau unter die Lupe nimmst und anschaust und schaust, wie der Lebensbaum sich weiter entfalten darf. Und da geht es für dich aber in erster Linie, könnte es hier um Herzensangelegenheiten gehen, Dinge, wo du wirklich sagst, ah, das macht mich wirklich glücklich. Aber das nehme ich gleichzeitig auch als Herausforderung wahr, dass du vielleicht gerade nicht ganz klar sehen kannst, was dich hier wirklich glücklich macht. Weil es einfach hier ein bisschen blockiert ist. Der Prinz der Kelche sagt aber grundsätzlich, dass du auch darauf fokussiert bist, wieder emotional glücklicher zu sein. Ich habe das Gefühl, du triffst hier, die Energie, die ich bekomme, ist, dass du Entscheidungen triffst, aufgrund dessen, dass du quasi darauf fokussiert bist, wieder glücklicher zu sein oder emotional leichter zu sein oder dich erfüllter zu fühlen oder vielleicht auch wieder eine romantischere Zeit zu haben. Lass uns mal schauen, was du fühlst. Und noch ein Prinz hier. Da haben wir den Prinz der Stäbe. Ja, mit dem Prinz der Stäbe dürftest du dich sehr abenteuerlustig fühlen. Also irgendwas mit irgendwas oder sehr leidenschaftlich, leidenschaftlich, Begeisterung, abenteuerlustig. Du bist bereit, mit irgendwas in die Aktion zu gehen. Nur auch hier habe ich das Gefühl, du weißt vielleicht noch nicht ganz genau, welcher Weg dich hier wirklich am glücklichsten macht. Ich kriege das eben mal wieder rein. Hier gibt es etwas zum Thema Entscheidungen treffen, Neubewertungen und du weißt noch nicht ganz genau, welcher Weg für dich der beste ist. Aber du bist sehr motiviert, würde ich sagen, hier mit etwas in die Aktion zu gehen. Weil wir hier deinen Fokus, das, worüber du nachdenkst, den Prinzen der Kelche haben, könntest du dich dazu entschließen, jetzt euphorisch, optimistisch mit etwas in die Aktion zu gehen, was eben einfach hier eine Herzensangelegenheit von dir ist, was gleichzeitig aber auch mit dem Prinzen der Stäbe dir sehr viel Freude bringen kann. Lass uns einmal gucken. Wir gehen jetzt einmal in die Vergangenheit. Ich möchte einmal schauen, was quasi in der Vergangenheit dazu geführt hat. In der Vergangenheit spielt die Vergangenheit eine Rolle. Guck dir das mal an. Auch da, für manche von euch sind es tatsächlich, Moment, wie kann ich das hier am besten? Wobei, ich lasse es mal einfach hier oben in der obersten Reihe. Und dann packen wir die Karten hier einmal so hin. Die Vergangenheit, Erinnerungen an die Vergangenheit. Das kann für manche auch Kindheitsthematiken sein. Das Thema Kinder, Kindheit, Erinnerungen an die Vergangenheit. Also gerade für all diejenigen, die dabei sind, gerade Thematiken zu knacken, die zu tun haben mit familiären Thematiken, mit Glaubenssätzen, die du, sag ich mal, aufgelegt bekommen hast. Mich würde da ja nicht wundern, wenn hier noch die Acht der Schwerter kommt, weil das absolut diese Energie sein kann. Du fühlst dich ein bisschen blockiert. Wobei, eigentlich gehst du hier gefühlt deinen eigenen Weg. Aber die Unsicherheit besteht im Prinzip darin, dass du nicht weißt, welcher Weg dir jetzt die größte Erfüllung gibt oder dich wirklich glücklich macht. Oder ob eine Situation vielleicht auch wirklich die große Liebe ist. Na, Kelche, Liebe, Glück, Erfüllung. Das sind die Thematiken hier. Wie gesagt, mit den Zehen der Münzen sind es diese Ahnenthematiken und hier auch nochmal Ahnen, Vergangenheit, die Geister der Vergangenheit, die wir hier drauf sehen. Also irgendwas aus der Vergangenheit scheint hier zum einen eine große Rolle zu spielen. Gleichzeitig könnte eine Situation, beziehungsweise hier in der Vergangenheit, und das könnte für dich in dem Moment, wo du dieses Video siehst, kann das gestern gewesen sein, vor einer Woche, vor einem Monat oder vielleicht auch im letzten Jahr. Aber irgendwas aus der Vergangenheit ist hier kürzlich auch in deiner Vergangenheit, doppelte Vergangenheit hier, zurückgekommen in dein Leben. Entweder hast du dich zurückerinnert an irgendwas aus der Vergangenheit oder vielleicht gab es auch eine Wiedervereinigung mit einer Person aus der Vergangenheit. Lass uns jetzt einmal schauen. Wir haben hier die Hauptenergie für den November, eine sehr stabile Energie mit Stichpunkten zur Ahnenthematik auch. Lass uns einmal schauen, was jetzt auf dich zukommt. Und da haben wir die Fünfterstäbe. Mit den Fünfterstäben haben wir ein bisschen einen Konflikt. Du könntest hier versuchen, eine Situation zu verbessern, zu optimieren. Das sind quasi Anstrengungen, die auf einen zukommen, während man versucht, etwas erfolgreich zu machen, Hindernisse zu überwinden, Herausforderungen zu überwinden. Und das kann eben mit gewissen Anstrengungen kommen, die Fünfterstäbe. Auch könnte es hier einen kleinen Konflikt geben, vielleicht mit einer anderen Person. Es können kleine Streitigkeiten sein, bis hin zu so ein bisschen dramatische Stimmung hier, gerade wegen dem Feuerelement, was wir hier haben. Und da könnte quasi jeder eine Idee haben oder beziehungsweise eine Meinung haben und aufeinander einkloppen, aber quasi nicht wirklich zuhören. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn jeder einen Stab, ein Stab ist eine Idee, ist eine Meinung, hat und einfach nur quasi eine Meinung gegen die andere Meinung geht, dann kommt man nicht wirklich voran. Und dementsprechend mit den Fünfterstäben könnte das so ein kleiner Konflikt sein, vielleicht auch mit einer Person im Außen, die du hast, was jetzt auf dich zukommt. Weil es aber auch darum geht hier, ich habe das Gefühl, armen Thematiken zu lösen, die sich auch beziehen können auf das Thema Stabilität und Sicherheit oder die sich beziehen können auf, hey, erlaubst du es dir, glücklich zu sein, deinen Herzensweg zu gehen? Auch das könnte eine große Thematik hier sein, könnte dieser Konflikt darauf auch hinweisen, dass du dabei bist, innere Konflikte aufzulösen, die gegebenenfalls hier was mit der Familie zu tun haben, Konflikte, die was zu tun haben mit dem Thema Stabilität, Sicherheit. Was ich gerade gehört habe, ist ein Konflikt mit dem Thema Verantwortung. Hier könnte jemand einen Konflikt haben mit dem Thema Verantwortung oder wirklich sich langfristig auf etwas einzulassen. Auch das könnte hier quasi für gewisse Herausforderungen sorgen. Dann schauen wir uns jetzt als nächstes einmal deine Energie an. Ach, Gucke, du hast aber die Zehn der Kelche hier. Zehn der Kelche und Zehn der Münze. Oder Münzen ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, eine Hammerenergie in einem Monat zu haben. Ich habe das Gefühl, auch hier, die Zehn der Kelche, zum einen ist die Erfüllung, das große Glück, die große Liebe. Das heißt, auch hier nehme ich wahr, dass du schon auf der Suche bist, quasi nach deinem großen Glück, der großen Liebe und der Erfüllung. Und dass das quasi die Absicht, die Intention ist, die du reingibst in den Monat. Für manche von euch kann das zusammenhängen mit dem Thema Familie. Vielleicht hast du einen sehr familiären Vibe jetzt im November. Das Thema Familie kommt hier auf unterschiedliche Weise durch die Zehn der Kelche und die Zehn der Münzen durch. Du könntest grundsätzlich sehr glücklich und erfüllt sein, auch wenn wir uns das mal so anschauen. Wenn das hier, sage ich mal, das Thema Stabilität ist, langfristiger Erfolg, den du in einer Angelegenheit hast, oder auch, wenn das eine Verbesserung der Finanzen ist, wo du jetzt überlegst, okay, was sind meine nächsten Schritte? Wie gehe ich jetzt weiter? Was erfüllt mich? Was macht mich wirklich glücklich? Auf gewisse Art und Weise kommt das mit einer Herausforderung. Und wir sehen hier auch noch mal diese Leidenschaft, die du im Monat November hast. Dieses Jahr, ich gehe jetzt nach vorne, ich gehe in die Aktion. Ich habe das Gefühl, du willst wirklich jetzt nach vorne gehen. Dass du hier einen sehr positiven Einfluss, sage ich mal, auf die Situation hast, kann man sich da natürlich sehr gut vorstellen. Auch wenn es hier noch gewisse Herausforderungen gibt und Konflikte, ein bisschen Stress könnte das auch letzten Endes sein, denen es zu überwinden gilt. Vielleicht bist du auch sehr hier fokussiert auf die Community. Du könntest also sehr sozial sein jetzt im November und sehr viel mit anderen Menschen und Gruppen zu tun haben. Auch gerade, wenn das hier etwas Berufliches ist, dann haben wir hier beruflichen Erfolg, gute Finanzen. Und hier, wie gesagt, deine Energie, die du reingibst, ist gefühlt die Energie von... Ich habe das Gefühl, du hast ein offenes Herz. Du hast ein offenes Herz für dich und deine Mitmenschen hier. Wir schauen uns jetzt einmal an, welche Energie dein Außen oder eine bestimmte Person reinbringt in die Situation, in dein Leben oder... So, da haben wir es. Da haben wir es. Ihr Lieben, hier haben wir die Achter Schwerter. Was habe ich vorhin gesagt? Mich würde es nicht wundern, in dieser Kombination, wenn wir noch die Achter Schwerter sehen. Und hier liegt sie im Außen. Ja, hier haben wir limitierende Glaubenssätze. Jemand oder etwas von außen gefühlt schränkt dich ein. Auch hier in dieser Kombination, das könnte ein Glaubenssatz sein, den du schon lange... Hier stehen Langfristigkeiten, den du lange in dir trägst. Ein Glaubenssatz, der etwas zu tun hat, vielleicht auch mit einer Person im Außen oder deinem Außen grundsätzlich. Aber auf irgendeine Art und Weise gibt es hier limitierende Glaubenssätze, Muster und Denkweisen, die du übernommen hast, die nicht deine eigenen sind. Die jetzt aber... Es fühlt sich so an, als ob das deine eigenen sind. Aber ich habe das Gefühl, das ist etwas, was dir von außen mitgegeben wurde. Oder auf irgendeine Art und Weise. Und du bist gefühlt dabei, das aufzulösen. Und die Energie, die ich hier bekomme, ist, hey, erlaube ich es mir wirklich, glücklich zu sein? Auf der einen Seite, du verkörperst... Ich habe das Gefühl, du verkörperst die Liebe. Du verkörperst auch das Thema Gemeinschaft, Familie. Du könntest hier sehr familienorientiert sein, sehr liebevoll, harmonisch, glücklich grundsätzlich. Aber es gibt hier etwas, und das kommt aber von außen, was sich gefühlt zurückhält. Ja, okay. Und das könnte auch hier dann dieser innere Konflikt sein oder Streitigkeiten sein, die jetzt dann nochmal auf dich zukommen, die es gefühlt zu lösen und zu überwinden gilt hier. Ja, lasst uns einmal weiterschauen. Wir gehen rein in die Energie. Was ist deine Hoffnung oder dein Wunsch bezogen auf die Situation? Beziehungsweise manchmal zeigen sich in dieser Position auch Ängste. Da sehen wir das Gericht. Und mit dem Gericht heißt es, du hoffst hier wirklich etwas aus der Vergangenheit loszulassen. Aber das ist spannend, weil wir sowohl die Vergangenheit haben und Dinge, die vererbt wurden von der Familie, Dinge, die vielleicht schon lange auf eine gewisse Art und Weise gemacht wurden. Sprich, wir haben absolut diesen Aspekt von Vergangenheit hier. Wir haben aber auch den Aspekt von jetzt in die Zukunft wollen und wirklich deinen Herzensweg gehen, einen Weg gehen in einem Lebensbereich oder einer Situation, der dich glücklich macht und erfüllt, der dich begeistert. Du bist gefühlt, ich kriege rein mit dem Prinzen der Stäbe, du fühlst dich bereit, jetzt wirklich mit etwas in die Aktion zu gehen. Und das Gericht auch, das ist eine Karte, die in beide Richtungen geht. Zum einen erhoffst du dir wirklich etwas Altes loszulassen. Auf der anderen Seite ist hier dieser Ruf deiner Seele, dass du deiner Bestimmung folgen kannst. Und das habe ich auch das Gefühl, dass wir hier wirklich für die Steinböcke, die diese zweiteilige Energie haben, dass es darum geht, alte Glaubenssätze, Muster, Verhaltensweisen loszulassen, die dich daran hindern, deinen eigenen Weg zu gehen. Du bist unfassbar liebevoll, unfassbar harmonisch, harmoniebedürftig. Es kann sein, dass du sehr auf die Familie fokussiert bist hier. Aber es geht absolut für dich jetzt auch darum, nach vorne zu blicken. Aber gefühlt in diesem Prozess lässt du noch etwas in der Vergangenheit. Lass uns mal die nächste Karte anschauen. Das ist jetzt, wie sich die Situation für dich weiterentwickelt. Und wir haben den nächsten Ritter hier liegen. Und es liegen auch alle in einer Richtung hier. Wir haben hier die Energie vom Ritter der Münzen, beziehungsweise Prinz der Münzen. Und mit dem Prinz der Münzen geht es in Richtung Stabilität, noch mehr tatsächlich in Richtung Sicherheit grundsätzlich. Aber hier wird auch wirklich an etwas geplant. Ich habe das Gefühl, mit irgendwas möchtest du dich jetzt absichern. Du möchtest etwas stabilisieren. Und gehst jetzt quasi dann hier einen Weg, der dir grundsätzlich und langfristig gesehen wieder mehr Stabilität bringen wird. Ob das bedeutet, dass du jetzt an etwas arbeitest, sehr gewissenhaft oder weiter an etwas arbeitest, sehr gewissenhaft, sehr geduldig und damit quasi ein gewisses Wachstum langfristig gesehen in deinem Leben erzeugst. Ich habe ein bisschen das Gefühl, du möchtest eigentlich gerne schneller nach vorne gehen, als es dann letzten Endes klappt. Also es kann sein, dass du ein bisschen geduldig sein musst. Insbesondere, weil auf emotionaler Ebene der Prinz der Stäbe wirklich so BAM, Feuer, ich will sofort. Und jetzt und gleich ist. Während der Prinz der Münzen dann ist gemacht, gemacht. Wir müssen hier auf Nummer sicher gehen. Eins nach dem anderen. Es kann also sein, dass sich die Dinge langsamer entwickeln, als du es gerne wollen würdest. Insbesondere mit diesen beiden Energien. Aber das liegt daran, dass es jetzt wirklich Schritt für Schritt integriert wird und sich hier wirklich Schritt für Schritt etwas aufbaut. Und zwar hier sehr gewissenhaft. So, Dille. Bevor wir jetzt in den Tipp gehen, schauen wir uns doch mal an, welche Karte wir hier haben. Und da haben wir Disziplin. Die Karte der Disziplin sagt, bleib dran. Disziplin ist gefordert. Hole dir die Fähigkeit des Eichhörnchens dazu. Es kann harte Nüsse knacken und Lösungen finden. Es bringt aber auch Lebensfreude und Leichtigkeit, kombiniert mit Disziplin. Kümmere dich um dich und fange an, dir in guten Zeiten einen Vorrat anzulegen, sodass du für etwas zähe Zeiten gewappnet bist. Von was... Moment, sorry, voll den Faden verloren hier. Von was wäre es gerade gut, einen... Achso. Oh Gott. Wow. Ich bin gerade voll rausgekommen. Von was wäre es gerade gut, einen Vorrat anzulegen? Und das ist gefühlt diese Energie hier. Man sagt ja auch, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen oder langsam ernährt sich das Eichhörnchen, sagt man beides. Auf jeden Fall habe ich da das Gefühl, das ist genau diese Energie, die wir hier, in die wir da quasi reingehen. Dass etwas langsam geht mit Disziplin, Verantwortungsbewusstsein bewegt sich hier etwas weiter oder du bewegst dich hier langsam weiter, arbeitest hier wirklich an etwas, bewegst dich somit in deine Zukunft. Lass uns mal schauen, was ist der Tipp für dich? Die Neuen der Münzen. Deine harte Arbeit wird sich auszahlen. Was lange wert wird, wie sagt man, was lange wert wird, langsam gut? Wie auch immer, Julian, Sprichwörter klappt immer noch nicht. Dann wird wahrscheinlich auch nichts mehr hier. Aber was wir hier sehen als Tipp mit den Neuen der Münzen ist, dass deine harte Arbeit sich auszahlen wird. Du bist gefühlt wirklich auf dem Weg in die Fülle, in den Erfolg, etwas erfolgreich zu machen. Dementsprechend bleibe im Vertrauen, dass du einfach quasi am Ball bleiben musst und sich dann etwas hier auch auszahlen wird. Ja, jetzt möchte ich tatsächlich noch einmal schauen, wie sich dein Monat im Detail entwickelt. Zum Thema Finanzen, Beruf, zum Thema Liebe, Beziehungen und alles, was so noch um dich herum ist. Da ziehe ich jetzt einmal das Lennomor für dich. Wenn du also mit dieser Legung bereits resonierst, dann darf ich dich einladen, mir zu folgen auf Vimeo oder Patreon. Unter diesem Video findest du die beiden Links in der Infobox. Und wenn du jetzt hier aussteigst, dann sage ich, danke fürs Dabeisein. Und ich vertraue darauf, dass du wie immer die Botschaften bekommen hast für deinen November, die jetzt für dich bestimmt waren. Und für alle anderen, die mir jetzt gerne folgen wollen in die Erweiterung, sage ich, komm doch noch einmal mit, denn wir schnuppern jetzt schon mal in die Erweiterung. Hallo lieber Steinbock und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 deiner Legung, in der wir jetzt ins Detail gehen für die Infos für deinen November. Also lass uns direkt mal starten mit dem Mischen der Lenis. Wir ziehen dir jetzt die große Tafel. Ich kriege die ersten Botschaften durch das Vormischen und Spalten hier der Karten oder Teilen der Karten in einer Partnerschaft oder Beziehung gibt es Kommunikation, welche sehr positiv sein wird, welche zu tun haben kann mit Anerkennung und Wertschätzung oder eine Kommunikation, die vielleicht auch sehr überraschend ist. Lass uns einmal weiter mischen. Schauen gleich mal, wie sich das... Was haben wir hier noch? Hier sind allerdings auch noch ein paar Informationen, die reinkommen über Komplikationen beziehungsweise irgendeine Aktion könnte sich ein bisschen länger hinziehen. So. Ich gebe noch mal einen kleinen Schaffel rein. Die Steinböcke und da geht das los. Ja, du eröffnest mit ein paar Herausforderungen. Okay. Wir haben hier ein paar Herausforderungen und Hindernisse. Lass uns mal schauen, wie sich die gleich weiter entwickeln. Was wir allerdings auch sehen, ist die Sonne direkt daneben. Die Sonne ist die beste Karte im ganzen Deck. Negative Einflüsse werden somit gemildert. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dementsprechend habe ich das Gefühl, dass hier, guck mal, da sind tatsächlich einige Aspekte, die gemildert werden. Zum einen werden Unklarheiten gemildert und was ebenfalls gemildert wird, sind diese Herausforderungen, die da sind. Es kann sein, dass eine gewisse Aktion oder Bewegung sehr herausfordernd ist oder mit gewissen Herausforderungen kommt, wie wir gerade schon eben beim Vormischen gesehen haben. Es kann einfach sein, dass das vielleicht ein bisschen länger dauert, dass etwas verzögert wird. Ja, genau. So, dann schauen wir nochmal weiter. Insbesondere, wo auch gleich deine Karte ist, da gehen wir als erstes drauf ein. Wir haben dann hier die Karten für die Arbeit, für die Liebe oder eine Herzensangelegenheit. Hier haben wir die andere Person, mit der du es zu tun hast. Ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, spielt keine Rolle. Hier könnte ein Freund, Freundin, Partner, Partnerin liegen. Okay, und hier haben wir deine Karte im Hause der Kommunikation. und hier haben wir oder die Karte auf dem Weg Vielen Dank.